Moin Moin! Heute sind die Störangler in Wiemersdorf. Luca S. ist am Start. Hier zwei Routen rausgelegt mit dem Bodentaster. Linke Routen einmal mit Tauwurm, rechte Routen mit zwei Bienenmaden. Schauen wir mal, was geht. Moin Luca! Moin! Alles im Griff? Alles klar. Auf was gehst du hier? Auf Forelle gehe ich heute. Mit welchem Köder? Mit Tauwurm und Bienenmaden. Klasse! Wie ist das Wetter? Schlecht. Ich guck mal. Ach, du sitzt hier unterm Scherm. Sehr regnerisch. Und deine beiden Routen sind da jetzt? Ja. Dann schauen wir mal, was geht, ne? So 15 Meter raus. Wie weit? 15 Meter raus. Und Auftrieb? Ja, Auftrieb. 80 Zentimeter. Okay, dann wünsche ich mir dir noch viel Erfolg. Jo! Petri! Bitte Dank! Das ist die Mutter, lass dich bloß in Ruhe. Baba! Es regnet. Und stürmt. Es stürmt. Ja, schön. So. Ruhe. So, Luca bei seinem ersten Fisch. Eine schöne Forelle. Luca. Jo. 1A. Dann nehme ich ihn. Richtig schönes Wetter. Ja, schön auf Bodentaster. Mit einem großen Tauwurm. 10 Gramm. Und da ist sie eingenetzt. Petri, geh mal rauf. Ja, das ist doch mal ein Fisch hier. Super! Ja, das ist doch mal ein schöner Fisch. Schöne Forelle. Klasse! Hier nochmal der Bodentaster. 10 Gramm. Mit Perle vorgeschaltet. Schöne Forelle. 46 Zentimeter. So, Luca, wir sind jetzt zu Hause. Jo. Meine Forelle. Jetzt scheint nochmal die Sonne. Es war sehr hart. Voll am Regnen. Wie schwer war die Forelle jetzt? 1 Kilo. 1 Kilo? Ja, ist doch schön. Ich geh nochmal drauf. Schöne Forelle. Ja, es passt doch. Petri. Gut. 0, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. Untertitelung des ZDF, 2020